Hi! Du wirst wissen, wie man die Nadelfäden vielleicht auch einfacher einfädeln kann? Dann bleib dran, ich zeige dir das revolutionäre System von Babylock. Hi, ich bin der Felix vom Nähmaschinen aus Scharshow und heute habe ich dir einfach ein kleines Thema mitgebracht. Es wurde wiederholt unter den Kommentaren gefragt, ob ich nicht mal die Lufteinfädelung von Babylock zeigen könnte. Und jetzt wirst du dir denken, naja, es ist vielleicht langweilig, aber nee, es geht dabei nicht um die Lufteinfädelung der Greifer nur, sondern es geht darum, dass Babylock heute das sogenannte Revolution Air Threading hat. Und das bedeutet, die Nadeln werden auch über Luft eingefädelt. Und das ist cool und das zeige ich dir heute und es wird auch nicht allzu lange dauern, aber bleib dran, ist ganz spannend. Ich gehe jetzt gleich mal um die Maschine rum und gehe das Ganze mit dir einmal durch. So, wir schauen uns die Maschine einmal an. Dazu habe ich natürlich vier Fäden und ich möchte trotz dessen erstmal beim herkömmlichen beginnen. Wir fädeln unsere Greiferfäden ein. Dazu schließen wir den Kanal, drehen am Handrad, bis die Greiferfäden treffen. Ah, witzig. Ich habe direkt getroffen. Ansonsten wäre es so, wenn ihr nicht getroffen habt, sagen wir mal, die Greifern stehen anders. Dann würdet ihr drehen, die Greifer schließen mit einem Klacken und ihr seid soweit erstmal sicher, dass jetzt nichts mehr schief gehen kann. Und dann nehmt ihr euch den Faden. Ich habe jetzt hier mein Madeira Aerolock drin. Das ist ein 125er Faden, aber prinzipiell halt einfach ein guter Overlockfaden. Nehmt euch eine Pinzette. Ihr könnt das natürlich auch mit dem Finger machen. Ich dachte, es ist schöner, weil dann könnt ihr eher sehen, wie es funktioniert. Und tippt hier drauf. Wenn ihr genug Faden habt, ich habe eigentlich schon genug, ich sehe ihn auch, dann kommt er auch hier direkt raus im Untergreifer. Ihr müsst ihn nur noch nehmen und zur Seite weglegen. Auch wenn wir Bauschgarn haben, Bauschgarn ist ja wirklich deutlich voluminöser, könnt ihr das einfach hier einlegen, legt es hier rein, zieht den Faden wieder etwas in die Länge, führt ihn in die Obergreiferbahn ein und schon ist er eingefädelt. Und ihr seht, wie schön der dann hier direkt rauskommt. Auch wenn das ein Bauschgarn ist, wenn ihr eine gute Qualität habt, dann funktioniert das auch da ohne Probleme. Auch den legen wir zur Seite weg. Und jetzt wird es eigentlich erst so richtig spannend für euch. Wir nutzen unser Revolution Air Threading und gehen über die Nadeln mit den Fäden. Dazu folge ich wieder nur meinen Faden wegen, nehme die ersten Faden. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass ich ein durchsichtiges Cover habe. Das hängt damit zusammen, dass das eine Sonderedition ist, beziehungsweise war, die man so nicht kaufen kann. Die haben nur wir Händler und die wird es am Ende dieser Zeit irgendwann auch mal zu kaufen geben möglicherweise. Aber momentan ist es so, die könnt ihr nicht kaufen. Dafür seht ihr aber, wie das ATD und die ganze Mechanik in der Maschine arbeitet. So, wir gehen jetzt hier nach unten mit dem Faden, setzen ihn ein und jetzt wird es dann eigentlich erst spannend. Wir nehmen den Faden mit der Spitze. Ich brauche jetzt einen kleinen Moment, weil ich mache das extra mit links, damit ich mit rechts die Tasse drücken kann und ihr vor allem seht, was ich tue. Ich nehme jetzt nur den Faden, halte ihn vor das Nadelöhr und schon ist er eingefädelt. Der wird angesaugt von der Maschine und ich bewege nur noch nach oben und mein Faden ist schon hinten durch. Und ich lege ihn zur Seite. Und das können wir jetzt nochmal machen mit dem nächsten Faden. Und das ist halt wirklich, es ist was Besonderes. Es gibt die Einfädlerhaken, aber die können natürlich irgendwann mal vielleicht auch verbiegen. Bei der Lufteinfädelung, da kann euch nichts passieren. Das kennt ihr jetzt ja von den Greifern. Das hat einen Grund, warum sich das durchgesetzt hat. Und genau so einfach geht es jetzt eben bei den Nadeln. Wir nehmen wieder den Faden, holen unsere Lufteinfädelung nach unten, nehmen die Taste, die übrigens auch programmierbar ist. Ihr könnt ihn in drei Stufen einstellen. Das haben wir in unserem Video zur Gloria schon mal erklärt. Könnt ihr euch auch mal anschauen, aber da ist eben das Detailvideo hier noch nicht drin. Werde ich euch dann aber auch dort verlinken. Und ihr seht, wie wunderschön schnell und einfach bei der Maschine eingefädelt ist. Und so, das war es jetzt auch schon. Und so seht ihr, wie ganz einfach die Maschine nicht nur bei den Greiferfäden eingefädelt werden kann. Das, was uns mittlerweile ja viele Maschinen und Hersteller auch bieten. Sondern wie Babylock wieder eins draufgelegt hat bei der Gloria und bei der Acclaim. Und uns ermöglicht, dass wir mit der Revolution Air Threading, also mit dieser Lufteinfädelung für die Nadeln, auch hier ein ganz einfaches System haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich auch gerne über einen Kommentar. Macht mir immer viel Freude, das zu lesen. Und vor allem unterstützt ihr damit unsere Arbeit. Vielen Dank und tschüss.